Ja, erste Möglichkeit für der Pyrrha, Stacke und, oh, da gibt es grobe Probleme, das ist der Ball drinnen, 1 zu 0 nach wenigen Sekunden, Markus Wostry mit der, ja, schön gespielt mit der Ferse, und die Möglichkeit zum Abschluss, und wieder ist der Ball im Tor, Dominik Stacke, 2 zu 0 für den, Daniel, tschechischer Spieler, und jetzt ist der Ball im Tor, ich würde sagen, das war direkt von Daniel, ohne dass sein Kollege den Ball noch berührt, hat plötzlich viel Platz, Babic, attackiert nicht an Sachen Regelkunde, jetzt kann wieder Fußball gespielt werden. Der stark Zwirschitz, und der ist drinnen, der Ball über der Linie, 3 zu 1, Stefan Zwirschitz. Und der war stark, der war stark, noch ein Tor für die Slowaken. Und der war stark, noch ein Tor für die Slowaken.